moin zusammen ich bin's wieder der haa und heute spiele ich das erste mal mit euch zusammen word of tracks die betonen mit euch zusammen ich habe schon einen anderen spielstand wo ich schon mal angefangen bin aber dies wird ein besonderer spielstand mit uns zusammen möchte ich nämlich so fahren ich fahre hier in usa für die friesland logistik bei der namensgebung habe ich nicht daran gedacht dass ich mich in den usa auffallt und wenn ich gesagt habe wir spielen world of tracks ist das nicht verkehrt wir spielen immerhin simulatoren ich habe mich gerade ein bisschen mit world of trotz beschäftigt und da bin ich die ganze zeit da noch dabei von namen ja ich bin ein neuling habe mal so eine kleine fahrt gemacht von 1689 und ja was soll ich sagen wir suchen uns mal einen auftrag wir können ja mal auf der weltkarte gucken wo wir schon über waren wir waren noch überhaupt denn hier jetzt also wir haben das ganze ding so vor uns also wir suchen jetzt mal schnellen auftrag der bestimmungsort versandort nehmen wir bestimmungsort streckenlänge geht sogar streckenlänge absteigen wir nehmen bestimmungsort geht das nicht alphabetisch ist das ist doch alphabetisch grenzige wir nehmen wir hier und fang hier 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 k hier 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 ja das mit dem sortiert das muss auch anders gehen empfänger also egal ich werde fahren was fahren wir dann jetzt die 2040 irgendwas der irgendwas irgendwas wir nehmen ist man irgendwas wir fahren wir fahren mal auftrag annehmen so 2500 mehl fahren wir fahren mehr nach samtacus ja muss die ausfahrt dahinten zündung scheibenwischer da habe ich habe ich glaube ich habe eine falsche tasten belegung drauf das ist richtig das ist richtig ja wie spiel haben wir das denn jetzt überhaupt wie das auf der fahrt noch dunkel hey ich muss mal in was umstellen optionen so licht mache ich mal dahin hoffentlich kann ich mir das mehr und fahren habe ich schon fünf minuten gut ja dann mal los hier gang rein oh man so auf geht's mehl nach jetzt jetzt fahr ich zu eng wenn das geht schief ohne pass kann ich noch nicht die usa hier scheint ja eine tute ecke zu sein schnell darf ich hier 30 30 ich habe post wo die der von mir während der fall kann doch jetzt ausgucken das gibt es nicht sind wieder welche irgendwelche geld für systeme was anderes so da hinten wo der tag sein fertig doch da muss ich so das finde ich immer komisch die warten hier können die nicht die spur wechseln dass man so rüber kann so sieht das hier nicht hier denn ich wechsle jetzt einfach mal so auch der zieht aber schneller weg doch nicht mehr das ist wo die kiste müssen müssen mal direkt da geht der kantor zu ziehen ich suche es schnell haben Das hier muss man mit 15. Überhaut. Oh, ne. An der Lenkung muss ich gleich zwischen den Teilen noch was füllen. Das geht so nicht. Und meine Bremse muss ich noch nachfüllen. Oh, ne. Das gefällt mir nicht. Oder, ich bin ja nur Auftragsfahrer, das mit dem ... ... irgendwas nicht stimmt. Ha. Aber die geben mir doch keinen defekten Track mit, oder? Ne, das würde ich nicht tun. Hier. Ne, das gefällt mir nicht. Die Lenkung reagiert spät. Hier, zieht wieder rüber. Ne, ne. Das geht noch nicht. Das gefällt mir nicht, hm? Das gefällt mir nicht, hm? Hm. Ah. Oh, hier ein Cabrio. Ah, was würde ich das für jetzt geben? Ein Cabrio. Oh. Ha. Sonntagruz. Da geht's runter. Jawoll. Oh, nee. Hey, das ist Physiker. Na, das ist. Ha. Oh, nein. Das war's für heute. Was? Bei den Kuchen hier 55. Ich bin hier. Sind das hier eigentlich auch Bundesstraßen? Oh. Ja, Bundesstaaten. Das muss hier eine bunte Straße sein. Und blinken vergessen. Gott sei Dank gibt's dafür kein Geld. Oder muss man dafür keine Schlafen sein? Das war's für heute. Ja, ich bin ja wirklich mal gespannt, ob ich das gebacken krieg, ohne Kredit. Da muss ich sicher einmal die ganze Map abfahren, um das Geld zusammenzubringen. Für, für den eigenen Trakt. Ich will auch mal hoffen, dass die Traktien nicht so teuer sind. Ja. Ja. Oh. 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 doch ein bisschen freundlicher gehen was ist das opel kadett ich helfe dir gleich hier ich gehe jetzt auf diese seite aber ich habe keinen schaden verursacht oder wie sehe ich das gott sei dank nicht mein auto und ich wollte auch keinen unfall naja ich habe ja kein sachschaden zu sagen so und sehe ich das jetzt richtig dass ich hier rechts ab darf wenn rot ist so ich bleibe mal auf dieser seite santa cruz moin da bin ich hier ne ne du bist doch nicht das vor ich hätte ich hier ja gut wenn meine lenkung vorher nicht kaputt war jetzt ist wo muss ich denn jetzt ich muss jetzt zur anderen seite dankeschön da hin eingabe so Wir nehmen mal umständlich Umständlich heißt Ich geh von dahin und dann rückwärts um die Ecke Jo Hoffentlich Das war voll die falsche Entscheidung Oh, aber das ging wohl So Ich muss jetzt rückwärts um die Ecke Facken Na, oh ja Ich muss jetzt rückwärts um die Ecke Aber jetzt Die Einkaufswagen damit Oh, nee Oh 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 erste fahrstunde war es ja absolut scheiße muss man ehrlich sagen wenn da jetzt aufgezeichnet steht da krieg ich ein herzkasper gute arbeit ja sauber neuling abzug für schäden 12 prozent ja so du sammelst während der arbeit wertvoll erfahrung mit kilometer du bewechselst du erfahrne vision dabei was kann ich denn so mehr geht nicht gott das habe ich schon mal anwenden ja so das war die erste tour e-mail gucken wir nachher und wenn ihr wieder fragt oder gott haben was das da wieder ausgefressen denn schau doch den nächsten teil lang wenn ich wieder eurotack simulatoren nein amerikan track simulatoren spiel bis dann wink